Ich heiße Rico Tischer und bin Inhaber von Küche & Co. in Pforzheim. Ich heiße Ralf Kretschmer und ich bin Firmenkundeberater bei der Volksbank Pforzheim. Als Firmenkundeberater begleite ich größere und mittlere Unternehmer genauso wie Existenzgründer in alle Finanzierungsfragen. Der Banker Blaumann gibt mir die Chance, dem Banker auch mal zu zeigen, was aus meinem Businessplan geworden ist. Hier jetzt im Unternehmen drin zu stehen, das ich vor zweieinhalb Jahren vom Herrn Tischer nur in Form von einem Businessplan präsentiert bekommen habe. Und jetzt ist das hier ein laufender Betrieb, das ist richtig toll. Und als der Herr Tischer jetzt den Franchise Gründerpreis gewonnen hat, da war das einfach auch Bestätigung für unsere Arbeit. Also alles rund um das Thema Küchen, das ist eigentlich auch mein Hobby, das lebe ich auch. Den Gang in die Selbstständigkeit sehe ich als Wagnis. Denn auch wenn man mit 100 Prozent dahinter steht, kann das zu mehr Erfolg führen. Zuhause ist für mich da, wo ich mich wohlfühle. Und hier in Pforzheim und Umgebung, wo ich jetzt seit 36 Jahren meine Heimat habe, fühle ich mich sehr wohl. Küchen sind in der Tat ein Wohlfühlort.